Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute ist ein Cydia App Review. Und ja, heute zeige ich euch, wie ihr diese Prozentangabe anfangen machen könnt. Diese Prozentangabe erscheint nur, wenn der iPod an dem PC verbunden ist. Ja, dazu geht ihr in Cydia. Ja, so, in Cydia geht ihr auf Suche, gibt ein Battery. Battery, Procentage, Theme. Das downloadet ihr euch von der Big Boss. Und ja, wenn ihr euch das dann gedownert habt, geht ihr eure Einstellungen. Geht natürlich dann auf Winterboard. Dann select Themes und dann aktiviert hier unten Battery, Procent Version 1.0. So, wie ihr dann jetzt hier seht, habt ihr dann direkt erscheint, wie viel Akku ihr noch habt. Es wird immer in 25 0,25% Schritten angezeigt. Das heißt also, als nächstes springt es auf 81,50, dann auf 81,75 und immer so weiter. Ja, diese Angabe ist viel genauer als diese anderen Angaben, zum Beispiel hier oben bei denen, wo man sich noch downloaden kann. Ja, ich finde es ein gutes App. Und ja, das war's. Ja, ciao.